Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit Abos und Freunden, gegen Abos und Freunde und Ausländer. Hallo, die haben den Wagger und die österreicherische Tante da. Also das sind vier Ausländer und ein Deutscher da drüben. Stimmt, weil... Niki Wagger und die beiden Österreicher. Es sind zwei Österreicher, er ist ja noch Österreich. Ach ja, der Marc, der Malzaha. Ja, und Niki ist eigentlich ja auch nicht Österreicher, sondern Ausländerin. Dadurch, dass er ja in Irak wohnt. Polen wohnt. Niederland wohnt. Die spricht immer Niederland-Englisch. Boah, was denn hier eingestellt, ey? Noch vom letzten Gaming, so Mist. Warum funktionieren dann Spells? Oh, ich hoffe ja. Hast du jetzt nicht getestet, ne? Aber die ging ja auch gerade schon wieder. Ihr müsst wissen, wir haben gerade ein Gaming gespielt, das haben wir zwar auch aufgenommen, aber wir haben es gelöscht, weil... Vom Tim ging die Spells einfach zehn Minuten lang nicht, oh Gott, nichts machen. Ich glaube, die werden nur invaden. Meinst du, die werden invaden? Mit Leona und Dings. Ja, dann renn doch nicht da rein. Kann das sein. Ich cover mal. Wir sind ein bisschen gesplittet, oder? Ist irgendwie doof zu invaden. Was willst du da, Pulto? Deck doch nicht. Und wenn, dann kommen die vielleicht von mir sogar. Sie könnten mich natürlich auch abfangen, während ich nach oben renne, ne? Muss ich aufpassen. Die Reise beginnt erst. Geht über den Überland-Jungle. Bei 1,35 spawnen die Minutes. Ja, ja. 30. Ja, nein. 30. Äh, 30. Boah, mach nicht so'n Krach. Es rückt sich auf die Aufnahmescheiße. Sorry. Mir ist letztens aufgefallen, dass du sowieso die In-Game-Sounds volllaut hast. Ja. Ich glaube, die kommen jetzt nicht mehr. Muss so sein. Nein, die haben keinen Bock zu leiden. Wenn sie gut sind, stehen sie hier in dem Busch. Das geht nämlich auch. Ohne, dass ich sie sehe. Dann bin ich jetzt rot. Also mal lieber hier unten rumgehen. Die stehen da. Ja, damit die dich nicht sehen. Ja, nicht hier rum. Schlangenlinie. Sicher, sicher. Oder die stehen da. Ja, das ist okay. Oder da. Ja, geh weg. Ich geh weg. Ich geh nicht hin, bevor ich nicht weiß, wo irgendeiner von denen ist. Da mal so ist mit. Reicht, oder? Irgendwie hat mir ein Krieg geklaut. Vielleicht hätten die auch Angst, dass wir die in Wäden. Da ich wusste es. Sören. Sind die eigentlich? Ah, ich hab mehr Farmer als Niki. Haha. Erstmal. Und letztes Mal. Bis jetzt habe ich alle Lastsits. Alles ist gut. Oh, der ist jetzt schon weit weg. Der muss jetzt schon an Niki ran. Passt. Boah. 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 Du hast es weit weg. Du hast es schon geklappt. Tobi ist weg. Du hast es auch nicht dran. Fuß doch gar nicht. naa... Ali. Hab ich gesehen. Ist der eigentlich am Jungle? Oder was macht der da? troller. Geh weg? Kulto... Oh shit, shit, shit. Fuck, sorry, sorry. Was macht denn die hier oben eigentlich? Ist der Jugger da von denen, oder was? Habt ihr Leona unten? Wie gesagt, Leona Jugger. Die Wards. Oh, die Wards. Spielt denn den Ali, ist der Swagger, oder was? Hm, Swagger spielt Leona. Oh, hi. Nein, nein. Wir haben uns beide gegenseitig. Kannst du den Wards da reinstellen? Ja. Ja, das ist der Ali-Pod. Ja. Zeig mir den Wards. Ja. Die lehnen mich. Ich muss mal Wegport nehmen. Sie kann sie einfach heilen und ich nicht. Aber sie hat auch alle Flaschen verbraucht, ja. Ja. Leona ist geworden. Wir haben... ein Purple-Ward irgendwo dort. War der Button-Ward? Äh, den Lila-Ward. Ach so. Purple hat er. Pink. Pink-Ward. Ja, Purple. Pink-Ward. Ja. Aber diese Fallen hier überall. Die lernt mir doch klar. Ich höre echt krass. Nein, sie ist 6 geworden. Oh, jetzt kommt gleich ein Epic-Speer. Nein. Soll ich halten, schnell? Ne, ne, ist alles gut. Ich hab genug Tränke dabei. Das ist wieder eine Falle. Ja. Du hättest mich dadurch auch gesehen. Ja. Wieso bist du Level 3? Oh, 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 oh. Wer war... knapp. Ah ja, einen macht mich. Ach, es geht. Nein, Alter, ich auch nicht. Der Skills-Schutz wird mich genicken. Das ist kein Problem. Du kannst Mitte ganken, wenn du Bock hast. Hm. Der Bob macht da. Ah, ist ein Tor. Ach, ich bleib hier. Niki ist SS. Blue. Bei dir rennt auch das Blue ab. Und, ne, keine Ahnung. Ich müsste jetzt. Muss ja, wenn unser Blue ab ist. Dann müsste er den Malzahal gleich wieder kriegen. Das heißt, ich warte hier auf ihn. Vielleicht kommen wir rumgelaufen. Oh, wenn der den überhaupt kriegt. Warte. Danke. Oh. Ist dir oder was? Niki, kommst du mit dir runter? Ah, ne, er hat gewartet. Es will unten 6. Ich bin gleich Level 6. Komm. Bitte SS. Okay, wohin? Ja, jetzt ist er da. Ich komm kurz ins Top-Lang. Wenn ich so stun, ist er down. Okay. Ich hab Ulti. Wollt ihr einen Fall nach oben haben? Ja, da gewartet, wo du jetzt bist. Wollte ich grad sagen. Ja, und die halt. Oh, wot the fuck. Excuse me. Geh lieber mit dem Machro. Oh, ja. Geh raus. Malsamer. Nicht mehr durch die Mitte laufen, sonst hin. Ich schaue mal weg zum Auto. Ich laufe lieber durch den Jungle. Schaue mal weg. Wo ist denn Ali? Ist aber grad hier. Wunderbar ist. Dann ist er wahrscheinlich gleich hier oben. Nach meinem WhatsApp. Mit CSS. Alter, ist hier. Ach, der Fall macht überhaupt nicht. Wunderbar ist. Was hat der für Items? Lebensregeneration. Spiel auf Tank. Wunderbar. Wer stellt mein Können in Frage? Wer stellt mein Können in Frage? Wer stellt mein Können in Frage? Aber... Ne, ist alles gut. Ja, ich komm nicht rein. Sag Bescheid. Arrow Top. Bin ich nah genug. Ali ist immer weg. Leona noch miss. Hast du noch einen? Komm. Ah nein. Ich hab nur einen. Du bist zu dritt in der Mitte. Flash. Ah, ist tot. Kauf dir mal... Ja, Wards hast du, ne? Ja, wir auch. Wieso sterbt ihr so oft? Ah, Mitte wurde zu dritt gegangt. Ich bin ulti. Ich bin ulti. Er ist erst top. Mal weg, perfekt. Wir haben Malser. Ich hasse das. Ali gankt natürlich auch übelst viel, ne? Bei mir war er einmal. Er hat mich nicht durch. Dann ist er wieder gegangen. Das ist die ganze Zeit Pott. Mhm. Pott geworden? Keine Ahnung. Das ist gut. Sehe ich eh nicht da gerade, ne? Für das S. Wenn dann hier. Leona ist hier drin. Hm-hm. Ah, ich denke nicht. Will ich kommen? Ja. Ah, zu spät. Jeder Fehler ist eine Leere. Ah, Brent. Komm, wir gehen mit. Ah, gerade jemand anders. Hier oben ist beides geworden, ne? Also sie hat gewollt hier und hier. Geh rein. Ich komm. Oh, da kann ich auch raus. Keine Chance. Fuck. Alles klar. Gibt's das, oder? Gewochen. Wir sind jetzt gestorben gerade. Ich. Beide Ulti-Spots sind weg. 2 2 gold Grazie Das war eine Sekunde zu früh, Alex. Okay. Jetzt hat sie mich gesehen wahrscheinlich, ne? Ja, das ist gut bei Wards. Ali geht zum Blue. Kannst du mal halten, wenn du willst. Aber sterben nicht. Aber ja, halt nicht. Ja, der ist hier. Ja, deren Blue ist schon weg. Komm, rein weg, rein weg. Ja, gut. Aha, Malza. Ich bin weg. Leon in der Mitte. Ja. Wir wollen unseren Blue. Mhm. Jeder Fehler ist eine Lehre. Willst du den haben, Brand? Jo. Komm still. Ja. Ja. Kannst du gar nicht sein, wenn du dich aufpasst. Ja. 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 Ich bin so lang. Ich bin so lang. Ich bin so lang. Zeig mir den Weg. Hast du hier unten irgendwie mal die Büsche geworden? Ja, Banskupus steig schon. Sterben, Alex. Sterben? Die Watts müssen heute noch von Niki, ne? Neeeeeeeh... Wie das ist? Da hat's ne neue gesetzt, der Entschuldigung. Mhh... ne. Gut, 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 gut. Bring's an! Bring's an, ihr wollt! Oh, S***! Sorry! Aber, Uwan, Musik, komm ne schneller. Boaar, ey, schade, Mann! Ja, der dann Blue ist weg. Hab ich gerade schon geguckt. Oh, was? Was habe ich dir gesagt dann, häh? Wer ist dann? Komm gleich Botlane, ne? Deine Reise beginnt! Da hat eh nix los Ulti gleich wieder Oh Malzaham, oh Malzaham, oh Malzaham La 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 Malzaham Falls was ist, ich hab meine Ulti, nur bescheidig sagen Alles im pinken Bereich Hallo Niki Heal Das ist ne Falle, ne? Heal 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 Oh Er hat sich in Kauf für Items Ahja, ein Lebensding Heal Wars Pass auf, Niki kommt und geh da unten Hm, der hat gewordet Er hat gewordet, ja Falls anders Nur da unten, ok, dann kannst du oben rum, kannst du fumpen Ok Ah, die ist fort Ah, die hat so ein Stück unter Treppen geworden Ja Geh ich bei denen am Lulang oder so Ah, die hat auch weiter Hier Ruhe, keine Sekunde Ruhe, keine Sekunde Das ist so ein schlecht dragon Oh, karl ist das hier Ja komm Ich hab noch gewordet Komm mal runter Nein Wir haben beide Orakel Beide? Beide? Ja Ja Geht weg, ich sterbe Ja, ja, kann ich natürlich auch immer schnell drauf gucken Naja, als ich wollte, ist das halt so Bisschen mies, aber Naja, muss ich nochmal machen Das heißt, hier müsst ihr nicht gewordet sein Nee, falsch Hier ist nicht gewordet Noch mehr Worts Ich hab 20 Sekunden CD noch, Alex Ich 9 Okay, ulti ready Ah, Falle Ach Doch, nur Für das ist es Wahrscheinlich, ich würde sie jetzt Okay, ist gut Falle Warte, warte, bitte Ich denke sie kommt auch wieder rein Ja Doch, da ist die Ora dran Lass die lieber pushen Weg Alles wird schon raus Oh Glück, dass du dich gehealt hast Ich sollte eigentlich warden Wie? Es wird schwer, so lange es gehen Ich sehe es steht schon Es ist es, top Voll Wird es es Gewordet? Wahrscheinlich, ne? Ja, die laufen nicht am Tower Ah, Schwager Pfff Ich fahr halt auf die Last Jetzt konzentriert, sorry Ich hab aber ne Ulti gefällt Mh mh Wär jetzt zu spät Alalala Es ist es, top Warte mal Mitte Mitte ist auf jeden Fall Führer Ich muss uns in der Saison gegen Brand Los mit dir Weil es heißt halt Ich bin jetzt der Kauder gegen Brand Ne? Bleib mal rum Ah, ich bin fast tot Ich hab kein Mahl Was soll ich denn da machen überhaupt? Ja, ist natürlich Falle Naja, boah Jetzt ist sie weg Jetzt kannst du da reinlassen Ich weiß noch nicht wo sie hin ist Ah, schau ich weg Weg Ja, wollte ich ja auch machen eigentlich Komm mit, komm mit, komm mit Mach ein Tower dauer Du springst dann an, wenn sie kommt Mh Ah, nein, 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 nein Komm, geh weg Ich hab nichts, um irgendwas zu machen Komm drauf, ich hab mein Neuthoff Geh weg, der ist das ganze Komm, drauf Komm drauf Ich hab doch extra Exhaust drauf gemacht Malser ist da Oh, da, okay Ah, dann hilf mir, hilf mir Ich bin tot 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 Ich bin sicher Alles ist gut Trug gleich ein Speer Ich bin tot 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 Kein Ulti-Farmer Wieder Ulti Und nur ein bisschen hart ne Scheiße, lauf, 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 komm, komm, komm Geh rein, Alyx Ulti, 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 Schraub Nice War schön Aber, danke Damit haben sie wohl nicht gerechnet, hat wohl irgendjemand nicht SS angesagt Meiser, kommt runter Top ist jetzt weg natürlich, der Tower, ne Das kann ich mal machen Aber Top Tower weg für 3 Kicks Aber sie kriegt den Tower nicht, wenn ich noch schnell genug bin, dann steht der Tower noch dabei Jetzt schaff ich nicht Groß, erst in 12 Sekunden Will nicht tanken 8 Sekunden 7 6 5 Tower ist weg Das schade Rake ist auf Komm Weg, Alyx Ruhe, keine Sekunden Malster ist wieder weg Ich hab mich noch nicht einen einzigen Speer getroffen Ich weiß nicht, was mit der heute los ist, ich kann nicht mit zielen oder was Wo ist Malz? Ich bin zieh Ich bin zieh Keine Ahnung Wir werden jetzt gleich Drake machen Kann sein Ich warte mal auf euch Schnell sind Ali kommt Was? Wo Non Ich bin gespannt Niki ist nach oben Okay LOL Nein, ich hab den Falschen angesprungen Nice 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 Oh, Ali geliebt es noch Wettgeflasht Nice 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 Loopt Haben wir Drake bekommen? Ja, ne? Doch nicht? Doch. Oder? Keine Ahnung. Doch, Entschuldigung. Doch, Aldi. Ja. Äh. Er hat Dings. Meist. Meist. Aber egal. Drei Leute gefühlt. Die anderen waren ja bei mir oben. Ja. Ohne Probleme. Drei gegen Null. Scheiß auf die 190 Gold, ne? Das ist ein sehr ausbildendes Spiel, ne? Aufpassen. Ey, KS. Ich glaubte mir für 10 Minutes auf einmal. Unerhört. Gieß Mitte. Ja, guck. Da war kein SS. Guck mal jetzt Top. SS hier oben mit Selene ist schon lange kaputt. Ja, okay. Da gibt's kein SS mehr. Hören wir den mal Osnirn daneben da. Ach du komm mit Ulti. Oh, kann jemand Bot gehen? Zeig mir eine echte Herausforderung. So schnell bin ich nicht da. Rent, gib mal Bot. Jo. Ich komm auch mit Bot. Top ist SS. Ja, Top ist schon gegessen. Top war gerade in der Mitte. Ja, Malza ist weg. Geh mal eben weg. Sunfire holen wir mal. Alles da in der Mitte. Ja. Die auch. Und mein Shurelias. Komm mal runter. Oh, alle miss. Oh, ich durfte ja. Alle missen böse. Du. Oh, krass. Und da braucht es eine Falle unten zu sein. Ah, da ist noch einer. Oh, wow. Ja, das ist eine Falle unten. Geh, mach dein Ulti, mach dein Ulti. Ja, ich hab gar nichts mehr. Nein. Schach. Schau mal, wie die auf 4 sind, wie lange die auf mich eingebrochen haben, oder? Geh vom Tower weg. Die holen mich da 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 weg. Nicky Port. Ja, die muss ja Top treffen. Dass die nicht von Nicky killen, ne? Ne, jetzt ist noch da. Die ist noch da. Vier Schützen sind noch Port. Arsch. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Ich dachte, wobei einer weg ist, ne? Na gut, die pushen bei uns natürlich auch rum, ne? Die sind aber wieder weg. Jetzt rennen sie weg, aber mach eben die Tower noch besser. Schnell schaffst du noch. Zeig mir eine echte Herausforderung. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Ah, die ist schon wieder da. Der ist wieder da. Mhm. Alle Mitte. Jeder Fehler ist eine Leber. Ich hab den Blow geklaut noch schnell. Ja, ich hab ihn geriert. Ali ist backstory gebraut jetzt. Ich hab grad ein Pfeiler geschossen. Oh, Nicky. Ja, nochmal weiter. Was? Oh mein Ulti verschwendet, das war doof. Das ist ein Wort. Angestellten. Ach, ich das ein Wort? Wir machen unsere Wards kaputt. Wir haben zwei neue hingesetzt, das ist sehr gut. Das war meine Laterne. Ich nehme doch keine AWP. Zeig mir eine echte Herausforderung. Dann müsst ihr mich mal da oben sehen, wo sie sind. Könnte sein, dass die Barrel machen, oder? Ja, könnte sein. Ein Hotshot. Oder wie das Ding heißt. Ja, Hotshot. Ja, mach mal. Hab ich nicht. Wieso? Dann reinflashen, wenn du willst. Ähm. Machen sie. Ja, machen sie. Dann setzt dein Ulti rein. Dann mach dein Ulti rein. Dann holt er auf CD. Ja, Ash war eigentlich. Haben sie. Haben sie. Ja, ja, greif sie jetzt an. Dann sind sie jetzt low. Greif sie an. Ich bin ja auch da. Oh, greif sie wirklich an. Arsch. Na ja, zwei für eins. Welche Ulti sind raus? Ja, nein. Ja, nein. Ich hab als Tank drei Leute weggezogen. Alles richtig gemacht, oder? Oh. Welche Ultis sind raus? Oh Gott. Knapp. Das wäre knapp. Alex, welche Ultis sind raus? Ich hab keine Ahnung. Malz hat Ultis raus? Es will auf. Es will auf. Wir haben so ziemlich alle Ultis gerade raus. Ja. Glaubt ihr das? Oh mein Exhaust. Schaffst du nicht. Schaffst du? Schaffst du? Ich werde zu dritter Schaffgeld. Ich werde den Hebel gleich runter ins Top gehen. Die werden Krone aufpassen, ne? Ne, die werden Boot gehen. Immer kurz weg. Oh, beeil dich. Da holt ein Cheetah schon. Ich glaube das schaffst du nicht. Hau lieber ab. Boah. Du bist echt von da aus weg geworden. Da kommt gleich ein... Na. Sperr und frisst dich. Ah. Das war so klar. Du bist tot. Die kriegen dich aus. Die kriegen dich. Na. Die kommen jetzt auch von oben runter. Na. Doch siehst du? Na. Unnötig. Ja. Hättest du gleich gerader Schätzungsworten. Ja. Ich mach mich alle nass. Na. Alles. Die Möhlmeister. Ja. Ja. Ich bin ein lebender Mankamana-Buff. Wir brauchen definitiv mehr Wads. Ja. 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 Ich hab dich mit dir aber, ne? Nein. Nein. Ich hab dich mit dir aber, ne? Die Seite wird zu dritt gepackt, ja. Lauter Brust. Wieder zurück! Jetzt können wir mal reingehen. Niki ist nicht da. Hier wollen wir noch hören. Flash weg. Okay. Unsere Soraka ist gerade mal disconnected. Ich höre mir red. Wir kommen wieder rein in CS. Wollen wir da, meinst du? Wenn wir den nicht gerade gemacht haben. Weg. Ich muss eben shoppen. Geht nicht rein. Okay. Wirst du haben? Nein. Jo. Mach ich mir sogar. Ist das alles, was wir zu bieten haben? Da war Ali. Oh, der wird nicht kommen. Nee, der war dahinter wirklich. Mein Platz ist an der Spitze. Meine Reise beginnt erst. Ich brauche Geld, ey. Alter. Alles brauchst. Komisch. Ruhe, keine Sekunde. Nein. Das ist mal in der Mitte. Ja, dann ist es ausgelaufen. Malzer kommt von Backo. Ah, hab ich gesehen. Zeig mir den. Wir haben ja alle Unlis. Wenn wir den Teamfight versagen, dann ist es vorbei. Wir wissen es nicht. Ah, ich bin getrennt von euch. Ich renne oben rum. Ja, ja, ich renne oben rum. Ist alles gut. Okay. Vorsicht, die kommen zu euch. Hm. Ich weiß noch nicht, wie ich wieder da rumkomme. Genau. Oh, wow. Hm. Pult ist schon da tot. Brand auch. Kann. Keine Chance. Verlägst du es mal? Nein, ihr hättet ja nicht kimpfen sollen dann. Kultus und rein. Nein, nein, nein. Ich bin tot. Warum gehst du da mal rein? Wo kann ich wissen, dass die noch drei Ultis haben? Also bitte. Kleiner gemacht mit denen. Habt ihr echt nie Anliegefokus? Ja, ich kann keinen anderen Fokus, weil... Die sind mal zuerst da. Ja und? Dann schießt du gar nicht auf jeden Fall. Das ist einfach in Ruhe. Malzato. Stopp. Das war nah dran. Immerhin. Drei wo die Blue. Drei wo die Blue. Drei wo die Blue. Haukeshot. Na, hab ich nicht. Wohrt dabei irgendjemand. Suraka zum Beispiel. Laterne. die haben gesehen dass wir sie gesehen haben alles gut wir wollen nicht kommen und wieder hin suraka rennt da rum hier ist geworden soll ich das deal Wir müssen auf Miserer oder S. Lässt ihr, Lässt ihr, Lässt ihr. Mitte, Mitte, Mitte. Ich sterbe noch, ich sterbe noch. Nein, nicht mehr. Waffe ich keine Falle reinlaufen. Sind alle tot? Ja. Ja. Puscht ihr zwei, bitte. Ja, mach dir mal. Ich muss zurück, ich bin fast, äh, ne? Ich war auch tot, ich hab irgendwas Ignite-mäßiges abgekriegt. Also jetzt werden die mich auf jeden Fall vorpassen. Mhm. Ordentlich Schaden gemacht. Ja, hallo. Dafür ist er da, dafür ist er da, der Ash. Den eins. Der Arsch. Rent hold immer Blue. Hab ich grad geholt. Mach's nur. Du hast was stehen lassen. Ja, ja, ich weiß. Wir müssten jetzt noch Barrow machen. Aber, das ist wahrscheinlich schon fast zu spät. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall muss immer ein Wort in, beim Bayern stehen jetzt, ne? Cloud Glass sind das echt krank. Ja, so Wacker. Ja. Schreib mir das doch. Das finde ich beim TS. TS, komm. Wir haben hier sicher. Die haben hier gerade gemacht. Ja, wir haben hier gerade gemacht. Ja, ich hab' gerade gemacht. Da haben wir gerade gemacht. Keine Ahnung. Hier oben war, glaube ich, gerade einer in Bush. Die machen Dragon. Ich bin mir sicher, ich habe es nur in Augenwinkel gesehen. Hallo Wagger. Hallo Niki. Niki und Freitas sind bei Dragon Ezreal auch. Wir brauchen ein neues Wort, Baber. Ja. Hedden, BW. Was darf man uns jetzt, wenn man nicht sofort spielt? Ich glaube nicht, dass Polter dann will. Wir machen Barrel. Ich bin auch nicht rein. Ich brauche mich, ich habe wieder Ulti. Ich habe Flash, ich kann einen Steal. Grant, wir brauchen dich, ich komme jetzt gleich hoch. Ja, ja, ja. Aua, nicht schwer, getroffen. Ich brauche einen Mord. Ich brauche einen Mord. Nein und Ulzi. Okay. Das ist am besten, warte mal mit. Ja, gemein. Krass. Aua, das tat sowas von nicht weh. Mitte. Mitteltower, Mitteltower, Mitteltower einfach. Komm, 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 komm. Ich tanke, ja, ja. Aber nur wenn W.A.W. auch hier ist. Vielleicht ein Schaden ist. Nee, wir kommen jetzt noch. Nee, ich wollte zurückkippen. Ich hab das schon hier weg, Alex. Du bist definitely gleich wieder da und das stimmt nicht. Musst du eben Back einkaufen? Ja, ich auch. Einer Botlane noch. Komm, holen schnell. Was für ein Geier hat da irgendwo rum. Ich hab grad Brett von mir gemacht. Ach gut. So viel Zeit muss sein, ne? Alex wolltest du nicht schlafen schon? Ja, schon erst seit 48 Minuten. Ja. Drei Stunden Schlaf muss reichen. Ist ja, ist ja noch Freitag. Spürzahne. Nee. Ist das genauso lange? Ja. Oh Gott. Armer Kerl. Die sind hier. Jo. Ein langer. Daumen hoch für den armen Kerl. Der Freitags genau so lange haben. Das ist wie Montags bis Donnerstag. Das ist wie Montags bis Donnerstag. Alles da und so. Pulver Tor. Können wir angreifen? Können wir angreifen oder nicht? Erst egal ist nicht da. Ich hab meine Ulti. Ich hab auch Ulti alles ready. Alles da ist raced. Guck. Komm. Da hast du noch weggesprochen hast. Nein. Ich will sie keinen Schaden machen. Der Speer macht überhaupt keinen Schaden, oder? Den denke ich einfach so. Hm. Ich will sie keinen Schaden machen. Ich will sie keinen Schaden machen. Ja. Hat Zuren gerade gemacht schon. Achso. Der hätte mir Watt stehen lassen. Geschenkt. Mhm. Das Zuren auch immer geschenkt. So. Wir diven. Ich kann noch S-Ware. Kann noch machen. Ja. Wir können Diven. Ich Ulti ready. Okay. Auf S-Ware. Ja. Toll. Ja. Ja. Was drauf. Mach den Tower drauf. Mach den Tower drauf. Mach den Tower drauf. Ich tank. Ja. Wurde mach. Pass auf Creeps gerade mal. Dead damage. Komm. Finish. Nur Niki und Ali. Und Ali. Na der will troll. Was denn? Warum trollt er denn jetzt? Ja weil er flamet. Keine Ahnung. Na joa. Mach Botlane schnell ne. Wir haben ja Zeit. Giant hast du. Wie lang baust du das heute hier? 10 Sekunden. Ich hab meinen Arrow jetzt auch wieder. Guck dir die Creeps an Botlane. Der macht halt's recht Bot. How much Creeps? Komm Bot schnell down machen. Und in ihm. Oh ja. So unschön was die da machen. Wenn man sich gegenseitig. Für die Zuschauer ne. Wenn man sich gegenseitig flamet im Team. Hat man verloren. Ich hab noch ein Spiel gesehen. Wo die Leute sich geflamet haben. Wo lange noch gewonnen haben. Ne das ist. Teilweise bei Normals. Wie kacke ich dann schon mal die Leute an. Hört auf wo ich zu Framespielt. Auf meinem Team. Aber zu 5G. Das klappt immer eigentlich. Eigentlich so ne. Du schnauze einfach an. Das ist niedergeschrieben. Dumm. Idiot. Und halt nicht die Fresse von hier in dem Team. Funktioniert. 3000 Gold. Haha. Wir sollten ihn ignorieren weil er sonst uns feedet. Wo ruf ich mich denn jetzt? Ich hab Guardian Health. Wird mal da stehen. Wird mal da stehen. Das ist ein C. Ne geh ein Stück zurück. Plutu. Ach der hört mich ja nicht. Lass ihn oben rein rennen. Ali. Lol. Nur. Ich will den killen. Meiner. Das ist absolut schlicht. Wird einfach bist du. Was ist denn jetzt? Warum werfen wir das weg? Ich hab nur versucht Pultu zu retten. Der hört ja nichts wenn man hier mit ihnen redet. Der hört ja nichts wenn man hier mit ihnen redet. Kultu zu retten der ist voll. Wollen wir den Ali mal eiskalt nie wieder mit spielen lassen? Ja ist auf jeden Fall nicht schön sowas. Keine Ahnung. Ja. Ja warum hast du den gekillt? Lass uns doch oben einfach die Bates rein rennen. Ja. Ja killen die mich nice. Die trollen mich. Ich troll die. Wer bin ich denn? Vielleicht der erste der hier offiziell Just for fun vom Bunhammer getroffen wird. Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Warte auf da kommt ein Ulti. Pultu. Na ja. Der hört mich ja nicht. Da war ja was. Klient Bun. Bums. Bunhammer. Der hat gesprochen. Hör ist ja gut. Wann wer hat ja noch mehr trollen. Was ist scheißegal. Ja. Aber ist doch schon bei uns in die Bates drin. Mach doch nicht zuvielten mal da unten. Ah. Ben. Aua, Niki, das ist weg. Ja, du musst ihn töten, wenn er nicht trollt, dann stunter euch, dann macht er das gut. Ja, ja, ganz genau, das ist weg. Ah, Niki. Oh, Niki. Aua, das ist weg. Oh, geh doch weg, ey. Hey, komm ab. Halt mir, halt mir, halt mir, halt mir, halt mir. Sein S-Realism dann. Oh, 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 oh. Uuuuuh, Flash. Und Flash, unten der Dings, der Ingi. Wenn er fertig war, nochmal da. Weiß ja nicht. Ja, wir sollen fertig sein. Die haben auch einen Niki, ich gehe lieber auf den Basikern. Nein, der hat keine Heusin. Mach doch, ich lass ihn. Nein. Das ist ein Hammer. Oh my god. Schutzengel, bewacht mich. Oh. Oh, wenn ich Go-finished ist. Boah. Nicht sterben. Warum hab ich gerade auch mal geflasht? Weißt du, dass du das gebrauchen kannst. Yeeeey. Ich weiß nicht, Schalke. Dippen, warum macht ihr das? Warum? Wollte finischen, hat nicht geklappt. Nur zu hellig. Wollt ihr alleine Barrel machen? Ja, mach mich. Ich mach jetzt Barrel. In 50 Sekunden. Super. Wir müssen ja wirklich ein Game wegschmeißen. Wir schmeißen, dass du nicht weg bist. Naja, aber fast. Wir haben zumindest einen Tower geholt. Und einen Inevitor. Ne, wir haben beide. Wir haben beide. Der Nexus ist schon halb down gewesen, als sie alle auf mich kamen. Ja. Was lustig ist, ich mach eigentlich gar kein Damage. Ich hab gar kein Damage. Außer Blutschnitter. Und Laterne. Also übelst wenig. Alex, ey. Was denn? Alles easy. Wiederhol. Ja. Das spiele ich jetzt im Kampf aus meiner Stelle. Ja, wir spielen nur solche Spiele. Krankweise. Aber mit den Spales funktionieren wir. Wär auch schwer, wenn nicht. Dann würden wir wahrscheinlich... ...ordentlich abkacken. Tch, tch, tch. Boah, wirklich nur Auto-Attacks. Cool. Hm? Kommt ein Ulti zu euch hochgeflogen, ne? Ich mach nur Auto-Attacks, ja. B- Katherine Listener. Oh, mal Pflege. Der ist ein Mal, in deinem Lanzahar ein partnering May Rosa-A이는. Das war jetzt bestimmt mal in der Raum herausgekommen. Okay, lasst mich mal testen. Achso. Nicht, nicht, nicht helfen, nicht helfen. Machst du's schon gern alleine, ne? Hm. Ja, ihr könnt schonmal gehen. Ich bin fertig Victor Rose- yeah, Яani- novo Lanzahar ausonline- Ich müsste jetzt mal von, von ... Links hängt er, ich wollte ihn nicht wieder killen. Ja, ist halb down, ich bin noch voll. Ich glaube ich schaff' den. Ich glaube ich schaff' den nicht. Nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen. Ich glaube ich schaff' den nicht. Soll ich dir helfen? Ja. Ach, du schaffst' den nicht genau. Live-Steal. So, ich hab' den. Oh, der macht einen Damage, ey. Geht's rum. Warum trollt ihr so rum? Mach rum. Sehr trollt. Oh, das geht schnell. Verdammt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin tot. TF. Zu Glück müssen die zurück. Je vorbei, würd ich sagen. Ja, die Minus beendet bis jetzt wahrscheinlich. Jawoll, Creeps. Endet. Ich will die Bursten, die Bursten. Die Bursten. Ah, Respawn. Ah, ja. War ein bisschen so Wasted bei uns auch so. Get out! Das kriegt Nicke nicht, ey. Nö, nö. Ja, das ist ein bisschen bitter jetzt. Bei dem hast du halt ne. GG, würd ich sagen. Warum haben die auch oben angegriffen, anstatt zu defen? Jaaa. 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 Zum Zweifel. Tschüss. Ne, jetzt war nur einer, nein. Tschüss. Beideom. Jaaa. Vielen Dank.